Hallo und herzlich willkommen hier zu Trouble in Terrorist Town mit dem Chromax, mit Bigmana, mit Nathan, mit Paralyzer, mit Niklas und mit mir, dem Ingo Viva! Hallo! So, wir spielen die Map. Wie heißt die? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, Klafferfield oder so. Ich finde, Mafuyu und Currywurst, die hätten die Map auch schon mal gespielt. Ah, gut. So, bei mir ist der Chromax. Ja, ich habe aber noch keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Ich habe nur so ein Dildo hier. Punkt! Schnell rüber. Schnell rüber. Ihr müsst runtergehen. Da gibt es Waffe. Wo runter? Hä? Ja, das Haus runter. Ja, auf dem Boden. Wir müssen alle springen. Achso, einfach runterspringen? Okay, warte. Ja, runterspringen. Dann kriegen wir Waffe. Na, okay. Guck mal. Da schießt jemand mit der Scout. Oh Gott. Meine Big Mama lacht. Lach nicht. Na, da war es Ingo. Was ist denn hier los? Was ist denn für eine Map? Ich komme noch gar nicht. Ingo schießt auf mich! Was? Ingo? Da ist eine Granate. Das ist so ein Feuerkackteil. Feuerkackteil. Was? Ja, weißt du doch. Hier ist eine Leiche. Confirm. Eine tote? Ingo, wie war es von Sniper getötet. Oh. Tote Leiche. Von wem wurde er getötet? Von Sniper. Ja. Kampfschütze. Die Scout habe ich ja gehört. Achso. Aber ich habe auch eine Scout. Also nicht wundern. Aha. Aha. Ich muss zugeben. Ich habe eine Sniper, aber die habe ich von ihnen genommen. Weil, äh. Ich habe auch eine Sniper. Die lag da halt, ne? Dann habe ich mich gehalten. Ich habe noch nicht mal eine Waffe. Oh. Oh. Ja, da habt ihr gehört, ihr Traitor. Da habt ihr euer nächstes Opfer. Okay, Nathan. Nathan ist es. Hä? Warum bin ich es denn jetzt? Ich habe eine Schrotflinte. Nathan? Nathan, was machst du hier? Verglücklich. Äh. Genauso wie du, darf ich Waffen suchen. Wo seid ihr alle? Ja, das, äh, frag ich mich auch gerade. Ich habe nicht meine Ahnung, wo ich bin. Was? Wo? Ich bin auch hei gesackt. Wo bin ich? Hast du mich gesehen? Ich bin mal Shotgun. Ich bin mal Shotgun. Vielleicht aber auch nicht. Sag es mir bitte. Ich will kein M16. Ich will die Shotgun, genau. Oh, Max. Was? Ich habe vorgetächtet. Ey, ich hätte dich töten können, hätte ich das gewollt. Ja, hättest du es gewollt, du wolltest es aber nicht. Vielleicht wirst du es noch. Ja. Oh, bei mir fällt jeder Boden. Ich dachte, ich fall runter. Warte mal, warte mal. Nathan, geh doch mal bitte weg, da. Ich möchte nach unten. Hallo, ich möchte gerne hoch. Ja, ich möchte nach unten. Dann haben wir jetzt wohl ein Problem. Wir sind auch nach unten. 2,3, also geh nach unten. Ja. Ich bin unten. Was ist jetzt? Ja, ich bin hier. Ja, jetzt. Alter. Alter. Nee, komm, Max. Okay. Niklas, wieso bist du rounded? Und der hat einen Sniper. Ja. Meine Comics haben, äh, auf mich geklossen. Ach, deswegen. Ja, 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 ja. Die war getötet. Hä? Ich hab, äh, Niklas getötet. Scheiße. Ja, für den Trader wird's langsam eng, ne? Scheiße. Uh, hier ist ein Loch am Boden. Ich glaub, hier war der nächste. Ein Boden am Loch. Wer lebt denn jetzt alles noch? Ich. Wer noch? Weiß ich nicht. Wer noch lebt. Hallo? Lebt noch jemand? Guck mal mal, bist du der Trader? Nein. Dann lebt hier echt noch jemand. Ah, hier ist Picken. Comics, Comics, Comics ist hier. Comics? Boah, komm, Alter. Das ist das lieber. Warte, mein Twitter, ey. Ja. Also ich werde niemals als wäre mit Chromax alleine irgendwo sein, ey. Am Arsch, ey. Und schon wieder in die Face rein, ey. Das gibt's doch nicht. Vor allem, ich muss mich so zusammenreißen, dass ich dich voll losgekehrt hab. Ich aber genauso. Ich schneide Dings, weil kann die Wahrheit sein, ey. Oh mein Gott, ey. Und schon wieder mit Mala zusammen. Ast rein, ey. Wie, wievierte Folge ist das jetzt eigentlich, die wir aufnehmen? Die Vierte, gell? Ja. Ja. Boah, da muss ich ja wieder, da muss ich ja wieder so viele Folgen schneiden. Oh. Nein. Scheiße, ich bin grad hier runter gefallen, leider. Passiert. Ich nicht. Ist das hier? Ne, ist das. Oh, ich dachte schon. Oh, wo gibt's denn hier Waffen? Unten. Wo unten? Komm, ex, ist es. Ah, schuld mir bitte die Shotgun. Ich bin innocent, du Hong. Alter, ich find hier keine Waffe, ey. Das ist doch unnormal. Ja, hier unten sind die. Ich hab ne Shotgun. Jo. Ah, wof, war geil. Einfach mal auf Nason, kommt gesetzt, totgemacht. Ich mach das bei mir. Ja, ich bin bei dir, einfach, ich geh wieder. Hä? Pipehauer. Oh, Leiter. So, Nason, warum muss ich das jetzt wieder kaputt machen, ja? Alter. Oh, hier schießt jemand mit der Shotgun. Alter, ich hab das Ding eigentlich kaputt gemacht. Nason ist doch fett, der kommt die leider nicht hoch. Das stimmt. Ja, stimmt. Nason hat auch schon wieder unter mir festgesteckt. Schnitzel rennt immer noch neben mir rum. Oh. Der Schnitzel, der ist so ruhig. Ja, ist der auch. Schnitzel? Nee. Der Schnitzel muss ruhen. Aber, aber Ingo, ich musste auch echt vorhin schnell dann die Sniper loswerden, weil dann, dann wäre dann direkt klar gewesen, dass ich dann war. Oh, Ingo ist schon wieder tot anscheinend. Ingo sagt nichts mehr. Ah, ich hab Leben verloren. Was war das denn? Weiß ich nicht. Irgendwas hat... Irgendwas hat... Irgendwas hat... Irgendwas hat... Irgend... Ingo... 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 Komischerweise hat er es nicht gemacht. Ja, aber weißt du, ganz ehrlich... Ihr hättet auch geschossen, wenn der auf euch auf einmal ist und ihr Schaden kriegt. War ja voll gemein. Oh, heil doch. Mhm. Wenigstens ist mein Karma 1000. Meins auch. Doch. Aua. Ernst schon wieder? Pah, pah, pah. Ey, diesmal war ich das nicht. Meinst du, im Ernst oder in Claudia? Oh, so ein Flachwitz wieder, ey. Oh. Na, der musste jetzt raus, Alter. Der brannte mir auf der Zunge. Aus Spaß wurde Ernst und Ernst ist jetzt hier Jahre alt, wa? Na, ich hab mich vorhin selber umgebracht, ey. Ich doof, Mann, ey. Oh. Äh, ich bin runtergefallen, hab noch 26 HP. Para ist es, okay. Nein. Big Mana. Hä, wie ist das denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab doch gar nichts gemacht. Niklas, ich hab noch nicht meine Waffe. Ja auch nur. Niklas, ich hab nichts gemacht und du schreibst schon so... Big Mana. Ja? Was ist? Warum wurde gerade dein Name geschrien? Was? Ey, Niklas hat mein Name geschrien. Was? Und ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Also, wenn ich jetzt, äh, tot bin, ist es Mana. Ja, aber ich hab nichts gemacht und ich werd dich auch nicht töten. Guck, da wird wieder geschossen. Oh, hier ist ein Raum. Oh, ne. Oh, wenigstens Waffen. Ja. Ja. Niklas hat einfach so meinen Namen geschrien. Oh, toll. Ich hab schon wieder eine Rifle. Der macht meinen Namen, glaub ich. Der macht meinen Namen, glaub ich. Ich kann mit der Waffe einfach nur irgendwo einmal... Big Mana ist bei mir. ...und damit nicht mehr umgehen danach. Ja, aber ich auch mal so nah an dir rankuschel. Äh, das ist ja ein Problem. Irgendwann was folgst du mir? Äh, Para. Pa... Para, ja. Das war's jetzt. Ey, ohne Spaß. Der ist jetzt so dran. Warte. Oh, fast runtergefahren. Leitern, die sind echt tödlich hier, ey. So gesagt. Ey, ich war... Kreuz war still tot und... Big Mana, wo bist du hingelaufen? Da. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich auch nicht. Da hinten, wer läuft da rum? Wer ist denn das hier? Weiß ich nicht. Alter, lauf doch nicht vor mir weg. Bleib stehen. Para. So, Para. Wollen wir dich... Ja. Jawoll. Das gibt's nicht, ey. Boah, ein kleiner Hinterhältiger. Ich krieg Schaden. Aber richtig hinterhältig. Wie ich's alle unten in den Raum weggeschossen hab und hab die Leichen noch schön runtergeschmissen, ey. Ach, Komix, ey. Du Sack. Du warst schon tot und dann noch Papa. In dem Moment, wo ich das letzte Paar gesagt hab, bin ich bei mir gerade umgefallen. Ja, ja, ja. Das doofe ist. Ich musste dann auch, obwohl ich Paar gesehen habe, dann sagen, hey, wo ist er? Weil, äh, sonst hätte irgendwie mal gesagt, wieso hast du nicht auf ihn geschossen? Vor allem Mana, wenn du schlau gewesen wärst, hättest du mich vorhin, bevor ich dich gesehen hatte, schon lange wegmachen können. Ja, ich hab aber erst gedacht, hm, nee. Dick, Mama ist aber nicht schlau. Vor allem, weil ich, äh, angehittet wurde vorher noch. Naja, ich hatte aber nicht so, weil du hast auch meinen Namen geschrieben, so. Oh, scheiße. Ich hab nur noch 30 HP, ich bin nicht. Hab man gesehen. Alter, wie sie im Discos abholen. Also, ich bin preparing und ihr? Ich auch noch. Komix, wir machen das jetzt. Inno. Inno. Schnitze, was willst du denn jetzt von mir? Jo. Schnitze, wo ist das doch hier oben? Schnitze, wo ist das bei mir? Hier. Kromex, du bist es. Los Kromex, wir machen das, wir machen das. Schnitze, wo ist das? Schnitze, wo ist das? Schnitze, wo ist das Kromex! Der Traitor? Hattest du mich jetzt nachts? Schnitzel? Schnitzel, wo ist das Kromex? Oh, Schnitzel! Hattest du gehört? Wo ist Schnitze? Wo ist das Kromex? Da ist Kromex! Kromex hier. Ja... Ey, ganz ehrlich. Big Man hat Comics getötet. Warum? Ja, weil Comics Traitor ist. Ne, ist er gar nicht. Ja, Para ist Traitor. Alter. Der sagt die ganze Zeit, ich hab auch Schnitzelwurst umgebracht, weil ich dachte mir, ach. Hä, wieso das Schnitzelwurst tut? Schnitzelwurst ist innocent. Aber Schnitzelwurst hat doch gesagt, hier, Comics, wir reißen das Ding jetzt. Also Para. Ja. Doch, der hat schön draufgelenkt, das Ganze. Ich bin es nicht. Also wegen Big Nana hab ich jetzt Schaden bekommen. Hier, guck, Big Mama. Ich werf die Waffe weg. Es tut mir leid. Ich bin dafür, dass Big Mana jetzt Traitor ist, weil der hat Comics getötet. Para hat eine Granate auf mich geworfen. Was hab ich? Para ist... Nein, ich bin es nicht. Ich bin Inno-Sinn. Ich bin Inno-Sinn. Ja, scheißegal. Oh, scheiße. Scheiße. Oh nein, ey. Jetzt hab ich schon wieder Para getötet. Ich bin dafür, dass du dich jetzt selber tötest. Oh. Ne, bin ich nicht. Weil, wenn jetzt jemand noch 2 Threads überlegen, dann ist einer alleine. Jetzt schießt jemand auf mich. Wer ist da? Ich seh nichts. Irgendwo Viva schießt. Ah. Oh. Ingmar schießt. Also mit 11. Bei mir wird, glaube ich, geschossen. Könntet ihr das sein? Wer lebt denn jetzt alles noch? Das gibt's doch nicht Ingmar, du Schwanz. Scheiße. Okay, Niklas und Nathan. Niklas und Nathan sind das okay. Aber wieso bist du jetzt kein Traitor? Ich bin kein Traitor. Ich bin kein Traitor. Du hast alle hier getötet. Ja, was? Wir sind Traitor. Du tötest alle hier los, ja? Jeden einzelnen. Und jetzt sollen wir die nächsten sein, okay? Ja, wenn die alle auf mich schießen. Ja. Du bist nicht die anderen schuld. Scheiße. Du bist nicht schuld. Fache. Tut mir leid an alle, die ich getötet habe. Aber das gibt's doch nicht. Wieso verlockt ihr mich denn immer so? Nein! Oh mein Gott, ey. Weißte, weißte... Wir mussten gar nichts machen, ey. Kannst mich mal. Para, wir beide haben eine Rechnung offen. Mana? Sowieso. Wieso? Ey, vielleicht war der Schuh. Du musst das reißen wir jetzt, ja? Ja, was kann ich dafür, wenn der... Honk, da irgendwas labert? Ey. Was ist das? Was ist das? Ihr seid der Knaller echt? Big Mama hat's ja alle tötet, ja? Ja, ey. Weil du gesagt, das Quormix ist es. Dann ist mir jetzt scheißegal, auch wenn ich inno bin. Weil du gesagt hast, Quormix ist es. Parra. Ja, weißt du, ihr habt vorhin auch nicht geschossen, wo ich gesagt hab, Parra ist so da. Du hast mich verleiten lassen von den beiden Idioten. Ja, weil ich traitor. Ey, da warst du kein Traitor. Oh ey, der ist nicht geglost. Super, ich fall runter. Durch den scheiß Disco. Aber zum Glück nur im Preparing. Ey, da haben die mich alle ausgespielt, ey. Das war geil. Ja, schön. Ich find's nicht mal geil. Es tut mir leid, Parra. Es tut mir leid, Ingo Viva. Nee. Du hast es verschissen. Du hast echt verschissen. Kein Assassin's Creed mehr. Du warst du sowieso. Wenn ich so, wenn Schnitze was das sagt, da kann ich mir nur denken. Parra, zeig mir Sack. Was? Boah, weiße. Boah, weiße. Halt einfach deinen Maul. Parra, weiße. Geh weg. Geh weg. Ich bin agro. Ich brauch ne Schrotflinte. Parra muss sterben. Ha. Parra, bei mir. Ja, ich hab noch nie meine Waffe. Äh. Ups. Äh, Niklaus, ich steh hinter dir. Alter, was geht denn hier ab? Ich bin durch die Decke gefallen. Boah! Alter, wer hat denn die Granate geworben? Boah, ey. Alter. Ich war's nicht ehrlich. Alter, was ist das denn hier? Ein lieber Verweilter. Ich würde grad die Leiter runterfallen, wenn man sich nicht mehr und dann... Ah! Parra fiel! Wieso schießt ihr auf mich? Parra, Parra ist das Feuer auf mich hier. Und ich bin... Komix war Enno. Niklas. Parra lebt noch. Oder? Weiß ich nicht. Wieso kannst du dich verstecken? Gott, ich muss Sachen haben. Fuck! Boah! Alter! Die Wand an, ey. Was ist denn schon wieder? Alter, der Sch... Nein! Alter, du hast so viel Glück, dass ich nachlassen muss. Ey, ohne Witz. Sei froh, dass ich durch das scheiß Feuer verreckt bin. Ups, das tut mir aber leid. Du Sack! Tut mir leid, dass du durch das Feuer verreckt bist. Ey, das gibt... Wieso habt ihr mich einfach getötet? Weil wir waren alle auf einen Haufen, das dachte ich so... Komm, scheiß... Boah, weißt du? Weißt du? Das ist so unfair. Wieso hab ich nicht beide einfach erschossen? Da hätt ich sogar gewonnen. Das ist so unfair! Das ist so unfair! Das ist so unfair! Hab ich gemacht, weil wir waren ja Trader. Ja! Ich weiß auch noch, mit dir zusammen Trader, ne. Oh Mann, ey. Hier, fick mal dich! Ein reinstes Chaos, ey! Ja, ja rein! Mein Ernst? Au! Au! Ich bin hochgefallen! Ich bin wieder hochgefallen, ja! Ich bin wieder hochgefallen! Ah, ich hab manchmal Spaß hier! Ach ja! So, jetzt bin ich wieder ein ordentlicher Mensch! Und ich bin wieder fast roto! Ich bin innocent! Ich auch! Ich schwör's! Ich schwör's! Hier ist meine Waffe! Werf ich weg! Ja, komm! Ich werf meine auch weg! Also! Gut! Gut! Ich nehm jetzt deine! Wer schießt hier? Nee, wer schießt! Aber geh in die Decke! Ah, ja, ja! Nason! Ich glaub, Nason ist es! Ui! Jetzt hör doch was zu schießen! Wiglas hat geschossen! Ich hab jemand noch nicht geschossen! Ingo! Ingo! Ingo steht vor mir! Schnitzelwurst steht wieder einfach so da rum! Ingo! 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 Ingo war Traitor! Ja! Warte, ist der weg aus dem Spiel? Sonst töd ich den! Ja, ja! Er joint gerade wieder! Ah, das ist manchmal schlimm mit der Schnitzelwurst! Ja! Was war Ingo jetzt? Ingo war Timo! Ingo ist Traitor! Okay! Das heißt, ich bin proven! Ich hab ihn, äh, ge- Gut, Chromix trau ich auch! Okay, Chromix ist Traitor! Ich glaub Niklas ist es! Warum be- Was? Ich hab Ingo erschossen! Achso, der dann ist es Chromix! Was? Warum nenn ich jetzt schon wieder? Weiß ich nicht! Was? Niklas hat Ingo getötet! Wie sie sagt Chromix? Er hat Ingo getötet! Ich hab- Ja! Ich hab gesagt, ich hab ihn geproovt! Ja, ja, ja! Chromix! Ich mach- Komm, weißt du was? Ich holster meine Waffe jetzt! Das bringt euch! Wird geschossen? Ja, ich hab nur die- Paara! Die waren aber sehr dicht bei mir dran! Nee! Hä? Was? Chromix ist Traitor! Chromix! Ja! Ich jetzt wieder, oder was? Ich hab's genau gesehen! Ja, ich schieß sofort auf mich! Ja, weil du auf mich schießt! Ja, hättest du... Fuck! 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 Hättest du doch lieber oben erschossen, Chromix! Weißt du? Ja, pick Mama dein Partner! Boah, die Mech! Die ist ja so scheiße! Ingo! Ingo! Alter, die... Ach, sie ist jetzt zu Ende gleich? Aha! Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Terrorist Dingsbumstown! Ich vergesse den Namen immer wieder! Äh, mit den Jungs, bis zum nächsten Mal! Tschüss!